Video vom Kanal, ich habe im letzten Video einmal eine Etage hier drauf gebaut und auch nochmal diese Decke gebaut, also die hier, diese Etage hier gebaut und ich würde sagen in diesem Video werde ich versuchen einmal mit einem Boot von dieser Insel hier, also von diesem Festland zu dieser Insel da hinten zu fahren, weil ich möchte schauen was das für Material ist, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt alles aus Santa besteht oder aus Stein und ich würde sagen es geht jetzt einmal direkt los, ich gehe jetzt mal kurz zu meiner, ich war schon mal in der Kiste, habe mir schon einmal ein Boot geholt und ich würde sagen, es geht direkt mal los, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr auch mal ein Gift spielt und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann und ja, ich lege jetzt hier einmal mein Boot hier ins Wasser, hüpf hier rein, zack, hä, wie kann ich denn hier einsteigen, wie kann ich denn einsteigen in meinem Boot, ah ok, drücke x um das Boot zu verlassen, ok, dann fahren wir einmal kurz jetzt hier, zu dieser Insel, ich schaue gerade was hier noch alles so ist, ja, fangen wir da jetzt einfach mal hin, so, ich glaube das ist aber alles aus Sand, oder, hier sind ein paar Fische drin, schauen wir mal was uns da erwartet, hier ist überall Sand, nur, ich überlege mir gerade hoffentlich, ok, ich finde mein Haus wieder, ich finde das hier, ähm, hier sind lauter Inseln, da ist alles voll mit Sand, ich glaube das ist gar nicht so groß ist hier, ähm, dieses, ja, diese Insel oder so, was auch immer das ist, ich kann hier vielleicht ein paar Bäume abbauen für Holz, ähm, weil ich, ah, hier ist eine Höhle, kommen wir vorne nochmal rein, ist das alles Sand, was ist das eigentlich für Material, was ist das für Material, Sandstein, brauchen wir das oft, ich baue da mal ein bisschen was von ab, Sandstein, ok, ich würde sagen so 20 Stück, ich habe davon noch nie gehört, also, klar, von Sandstein kenne ich schon, aber, ich meine jetzt hier in dem, eh, Minecraft davon, deswegen, bauen wir mal, ups, bauen wir mal ein bisschen was von ab, vielleicht bauen wir das irgendwann mal, so, ich würde sagen, das reicht jetzt, ich fahre mal kurz wieder raus, ähm, wo lang geht's hier, wo war denn der Ausgang, ah, hier, ok, hier einmal wieder raus, fahre ich mal hier rein, was ist hier, ja, hier ist auch jetzt nichts besonderes, ok, dann fahren wir wieder einmal wieder hier aus dem Meer raus, so, wo fahren wir jetzt hin, ich glaube einfach, ähm, vielleicht mal hoch, legen wir mal da hinten mal an, schau mal, was uns da erwartet, so, lege ich mal hier mein Boot hin, aussteigen, zack, das Boot natürlich mitnehmen, ok, und einmal, die Insel ein bisschen erkunden, was gibt's denn hier zu finden, hier ist ein bisschen Sand, aber keine anderen Materialien, hier ist ja nichts besonderes irgendwie, nee, ich glaube, ich gehe wieder zu meinen Häusern zurück, und baue weiter meinen Häusern, weil ich dachte, man findet hier vielleicht irgendwie, vielleicht so Hütten, die hier schon stehen, oder generell irgendwelche Häuser, aber anscheinend nicht, dann werden wir einmal wieder zurückgehen, glaube ich, das hier ist ja auch alles normale Sand, oder? Ja, Sand, ok, dann gehen wir einmal kurz zurück, einmal das Boot, und, einsteigen, ups, hä? wie steigt man nochmal ein? wie steigt man nochmal ein, Leute? wie steige ich nochmal in das Boot ein? ich würde das Boot mal kurz hier hinten schieben, wie steige ich nochmal in das Boot ein? ich gehe nochmal kurz raus, so, so, einsteigen, ah, L2, ok, L2 einsteigen, ok, super, jetzt bin ich drin, ähm, fahr mal kurz mal wieder zurück hier, so, von hier, man sieht schon ganz weit von hinten, dass ich da Häuser habe, aber, da gab es ja nichts, was man wirklich so, ja, was man so mitnehmen kann, da gab es ja irgendwie nicht so viel, deswegen fahr mal jetzt einmal kurz zurück, und dann baue ich vielleicht mein Haus weiter, es wird leider schon wieder dunkel, die Sonne geht wieder unter, deswegen habe ich auch Fackeln mitgenommen, falls ich, äh, dort bleibe, aber nein, so, fahr mal zurück, okay, da sind wir wieder, das Boot einmal mitnehmen, und dann einmal zu meinen Häusern gehen, das Boot werde ich jetzt direkt einmal in die Kiste reinpacken, weil das brauche ich ja jetzt nicht mehr, damit ich das jetzt auch nicht verliere, wenn irgendwas passiert, so, wie sich ist denn immer einfach die hier, und die ist voll, auch voll, die darfst du nicht, ne, die ist nicht voll, okay, packen wir einmal die Sachen rein, die wir nicht brauchen, und holen Material mit, so, okay, ähm, ja, dann gehen wir einmal kurz zurück, hier sind wieder ein paar Pferde, und ein paar Kühe, so, gehen wir hier direkt einmal hoch, und werden in das Haus gleich hochgegeben, ich hätte auch die, gerade die Leiter, nehmen können, aber, egal, äh, so, jetzt sind wir gleich oben, vielleicht kann ich hier schon, wie war, habe ich hier keine Tür, okay, jetzt nochmal, einmal oben, dann werde ich einmal hier auf das Haus überspringen, und dann direkt einmal weiter bauen, bauen wir schon mal hier die Umrandung, wo war das knapp, das war knapp, Leute, werde ich einmal hier wieder hochgehen, aber diesmal über die Leiter, weiß nicht, warum ich jetzt nicht eben die Leiter benutzt habe, weil das geht ja wirklich viel schneller, immer die Leiter hochnehmen, zack, 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 und dann direkt weiter bauen, Ups, so, zack, ich kann das auch vielleicht, ähm, auf einmal irgendwie schneller vielleicht bauen, indem ich, ähm, jetzt nicht, keine Ahnung, nehme ich das jetzt so machen, ich muss jetzt schon, also fünf Etagen muss ich glaube ich hoch bauen, jetzt habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, genauso hoch muss es, fantastisch, dann haben wir das schon mal, ähm, hier ausprobiert, wie hoch ich das jetzt bauen muss, und das wird sagen, es geht jetzt direkt weiter damit, so, zack, 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 dann baue ich das jetzt direkt so, das geht viel, viel schneller, und ja, ist halt besser, ich hoffe, ich glaube nicht, dass es einmal, bis einmal rum reicht, was ich jetzt, in meinem Inventar habe, aber das werde ich ja gleich sehen, ich weiß auch noch nicht, wie hoch ich genau dieses Haus weiter bauen werde, hier seitlich könnte ich auch mal ein paar, äh, ein bisschen das beleuchten, ein bisschen heller machen, damit das, ja, man das halt besser sehen kann, so, wenn wir hier einmal, ich das hier, weiter machen, so, zack, 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 geht so auch ganz schön schnell eigentlich, so, dann gehen wir jetzt einmal, glaube ich, hier zurück, und bauen dann mal von hier weiter, so, hier hoch, zack, und bauen dann hier weiter, zack, 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 ups, das war zu viel, schon, ob das reicht, an Material, aber, ich denke mal schon, zack, 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 ganz schnell zu Ende bauen, okay, jetzt habe ich einmal zweimal 64 Blöcke, die sind auch, glaube ich, ganz schnell weg, ich werde das, glaube ich, mit diesen Blöcken nicht mehr zu Ende machen, weil ich hatte, glaube ich, vier oder fünfmal, äh, 64 Blöcke vorher eingesammelt, und ich habe jetzt schon nur noch, nicht mehr so viel davon, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das einmal reicht, weil, ja, ist halt so, ich will das jetzt hier einmal so weitermachen, das geht, eigentlich auch immer ganz schön schnell und gut, das habe ich schon öfter so gebaut, gemacht, also die Häuser hochgezogen, und, machen wir einmal so weiter, zack, 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 wie viel haben wir noch, noch 64, 44 Blöcke, das reicht jetzt, glaube ich, nicht mehr, ich muss kurz nochmal später, ähm, ja, einsammeln gehen, neu, also an meinen, ähm, ja, meine Kiste gehen, ich glaube, ja, 19 Stück nur noch, und fertig, gleich, okay, zack, 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 und auch die, und vier weitere, und dann kann ich direkt einmal versuchen, vielleicht hier drauf zu springen, bumm, und dann hier einmal runter, so, jetzt gehen wir einmal zurück zu meiner Kiste, und holen nochmal ein paar, äh, ja, ein paar Steine aus meiner Kiste, um das Haus gleich vielleicht noch zu Ende zu stellen, in dem Video, wenn nicht, wird es dann im nächsten Video zu Ende gestellt, das mal schauen, ähm, so, das glaube ich 64 Stück reichen, erst mal, glaube ich, und dann, gehen wir einmal kurz zurück, so, und die Pferde hier, husch weg mit euch, ah, ich kann hier direkt hochgehen, das geht schneller, hier mit der Leiter, so, zack, 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 und dann baue ich einmal hier weiter, so, ich mache das glaube ich jetzt hier von unten, und die letzte Reihe baue ich dann von oben weiter, ups, das muss alles wieder weg, das wollte ich jetzt nicht machen, zack, 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 einfach, nicht so schön, wisst ihr was ich meine, das ist einfach, ja, nicht so schön, und deswegen freue ich mich eigentlich, wenn es immer Tag hier ist, und, joa, so, einmal hier zu Ende bauen, wir haben jetzt noch drei Stück, zwei Stück, ja, hat hier nicht gereicht, ähm, so, ich hole hier kurz noch die beiden, äh, Blöcke, die ich hier verloren habe, setzt sie einmal nochmal hin, ganz knapp hat das gereicht, mit dem Material, was ich eingesammelt habe, und jetzt schauen wir uns mal kurz das Haus an, von hier oben, ah, hier, die Oberreihe müsste ich auch noch bauen, ja, ich gehe vielleicht jetzt nochmal kurz hier runter, schauen wir das Haus von unten einmal an, hier kann ich hier runterspringen, ne, hier kann ich nicht runterspringen, dann gehe ich einmal kurz über das Haus nach unten, ups, wo ist der Eingang, habe ich hier noch gar keinen Eingang, hm, ich glaube einfach hier, oder, wenn ich jetzt hier aufmache, schon was passiert, naja, okay, hier kann ich rausgehen, super, dann gehen wir einmal hier, hier ist auch kein Balkon, okay, spring mal hier runter, zack, okay, Leute, ich glaube ich beende dieses Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.